Wir sind Ulli und Freddy. Wir reisen seit 2013 erst mit einem Wohnwagen, dann im Zelt und seit 2018 mit unserem Kastenwagen Roadcar 540. Aber es darf auch zwischendurch mal die bequeme Pauschalreise sein. Wir haben auf diesem Weg viele schöne Länder, Orte und Plätze gesehen und auch viel erlebt. Auf unserem Kanal One World Thousand Places nehmen wir euch gerne auf unsere Reisen mit, aber wir zeigen euch auch gerne Dinge, die uns begeistern, testen Stellung Campingplätze, stellen euch Kastenwagen und Wohnmobile vor und auch Menschen, die wir kennenlernen. Wir laden euch herzlich ein, uns zu begleiten. Gefällt euch unser Kanal, dann könnt ihr uns gerne kostenlos abonnieren und ihr verpasst nichts mehr von uns. Viel Spaß! Vielen Dank!